Bei uns als Motorgerätemechaniker ist die Vielseitigkeit ein absolutes Highlight. Dadurch, dass wir auch den Wehrdienstverband oder die Feuerwehr am Dorf betreuen, materialtechnisch und so alles unterhalten, dann die ganze Gerätschaft und die Fahrzeuge der Gemeinde und auch die abwechslungsreiche und vielseitige Arbeit beim EKS, was die Konstruktionen anbelangt in jensten Bereichen, für die RAFO und und und. Und die flexible Arbeitszeit ist bei uns ein absolutes Highlight. Die Schule ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns, sie ist auch sehr anspruchsvoll, aber hat bei mir auch den Lehrbetrieb durch das familiäre Umfeld, was wir auch bieten wollen, absolut aufgefangen, durch das arbeiten dürfen und sofort sehr selbstständig arbeiten dürfen, was dann auch Freude macht, in der Schule zu lernen, dass wir möglichst schnell viel selbstständig machen können. Ja, die Freude, die Begeisterung, auch die Weitergehen der Lernenden und auch, dass der Lernende einen Marktwert hat, ausser in der Arbeitswelt nach der Ausbildung, dass er einfach mit Begeisterung auch zu Hause mit einem Mann die Wäschmaschine flickt oder dem Papa einen Töffel flickt oder einen Rasenmaier oder was auch immer. Und auch so das Hobby, wenn er schon Töffel schrubt, mitnehmen im Beruf und das einfach mit voller Begeisterung und Überzeugung, wie wir das ganze Team schon haben, weitergehen und weiterbringen können. Was uns sehr wichtig ist, ist der Zusammenhalt im Team. Also effektiv, wir sind ein Team. Und klar, gewisse Strukturen haben wir auch und Hierarchien, aber ganz klar zu familiären und miteinander vorwärtskommen und auch mal über den Tellerrand ausschauen und mehr zu sehen, was einem weiter bringt auch für die Zukunft. Mein Werdegang für Prof. Bildner hat angefangen mit der Lehre als Landmaschinenmechaniker, beruflich oder die Ausbildung genau das Gleiche, unterscheidet sich eigentlich auch im Kurs und mit dem Titel am Schluss. Ich habe das im Bündnerland gemacht und dann so runtergekommen und habe mich eigentlich mehr immer schon für die kleinen Geräte fasziniert, schon in der Lehrzeit und habe auch im selben Segment gerne weiter gearbeitet. Ich habe dann auch so die Weiterbildung dazu gemacht und wollte das jetzt auch so weitergehen als Motorgerätemechaniker.